Ich muss euch unbedingt von diesen zwei Tagen mit der Gabriele Schlick erzählen. Die Gavi ist eine langjährige Freundin von mir und wir sind beide, wir haben beide Unternehmen, wir sind beide Unternehmerinnen und der Gavi, ihr Expertise liegt im IT-Bereich und ganz ehrlich, das ist nicht meine Stärke. Und in zwei Tagen hat mich die Gavi so etwas von durchgetragen, durch Themen, die mir eine unglaubliche Anspannung in meinen Körper reinbringen, weil, ich muss das ja sagen, ich die Technik nicht so gut verstehe. Und wenn ich etwas nicht verstehe und wenn ich etwas fertig machen muss, dann löst es einen unglaublichen Stress in mir aus. Und von tiefsten, tiefsten Herzen, liebe Gavi, das bringe ich dir da jetzt so online drüber, möchte ich Danke sagen für eineinhalb Tage Führung, persönliche Führung, eingehen auf meine Bedürfnisse, eingehen auch auf meine Talente, eingehen auf meine Expertise und mich dahin zu führen, um das nach außen zu bringen. Und es war für mich anstrengend, das muss ich sagen, aber die Gavi hat mich immer an der Hand genommen und zwar genau dort, wo ich stehe, hat sie mich an der Hand genommen und hat mich geführt. Und dafür, und ihr habt jetzt Krottgänsehaut, bin ich sowas von dankbar und kann euch wirklich empfehlen, wenn es euch auch so geht und wenn eure Expertise irgendwo anders liegt, nicht im IT-Bereich, dann bitte wendet euch an die Gavi und seid ja mindestens, mindestens, wenn nicht mehr, glücklich, wie ich jetzt bin. Danke Gavi auf diesem Weg. Danke.